Will eine Neupartei wie die Basis oder wir 2020 aussteigen aus der antidemokratischen Praxis der Vergangenheit, muss sie es wie die Fraktpartei halten. Also Volksentscheidwahlprogramm machen. Warum? Warum immer nur ein Volksentscheidwahlprogramm? Weil es nahezu unmöglich ist, innerhalb der Partei eine repräsentative Wählerstichprobe zu erhalten und das bedeutet, dass man sich ja, wenn man echte Demokratie will, muss man ja Politik für alle Wähler machen. Also quasi für eine repräsentative Wählerstichprobe, die zu den Wahlen geht. Und dafür muss man dann aber auch alle Experten, externe Experten und interne Experten, also eine offene Expertenliste führen und bearbeiten und damit arbeiten. Und eben ein Volksentscheidwahlprogramm bieten, sodass ganz klar ist, nicht die Parteimitglieder, die ja nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen, also die Wähler auch nicht vertreten können und dürfen, damit sozusagen dann klar ist, dass die Wähler jetzt das Sagen haben und nicht irgendwelche zufälligen Parteimitglieder, also wieder nur eine interessierten Gruppe über alles entscheidet. Also deswegen ist also, will man echte Demokratie und meint es ernst mit echter Demokratie, dann, wir werden heute die externen Experten Professor Hans-Werner Sinn, den berühmtesten Volkswirtschaftler Deutschlands, per Referat einbringen in die Idee des Volksentscheidswahlprogramms und auch schon mal die Matriarchatsforschung andeuten, wobei wir ja am 22.01. und 1.03. die prominenteste Matriarchatsforschung ja in der Talkshow zu Gast haben werden. Ja, also, das heißt, die heutigen News zu Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, liebe Damen und Herren, wollen Sie echte Demokratie, wollen Sie sich wirklich unterscheiden von den Altparteien, denn im Moment sind die Parteien alle auf dem Weg, den Altparteien gleichzutun und genauso antidemokratisch zu sein wie die Altparteien. Also wollen Sie echt demokratisch sein, dann müssen Sie das Konzept, das ja letztendlich aufgegriffen hat, ein Mitglied von Wir2020-EU und das werden wir uns jetzt anschauen. Das müssen, das ist also das, was man dann tun muss, hier. So, wir sehen hier, dieses Mitglied von Wir2020-EU hat also geschrieben, erster Volksentscheid, nach der Wahl dann. Sie meint es also ernst, mit echter Demokratie, mit richtiger, echter Demokratie. So, dann stellen wir das doch mal hier so ein bisschen in die Mitte. So, und Sie sehen, das habe ich alles schon besprochen, das brauche ich nicht nochmal wiederholen. Hier, sie hat neu dazu genommen, die Experten von der Partei Die Direkte und hat hier noch etwas dazu genommen, man sieht es hier unten, die Gemeinwohlökonomie als Experte dazu genommen, was sie natürlich auch nur referieren kann, denn ich weiß nicht, ob die Gemeinwohlökonomie bereit ist, selber jemanden zu entsenden als Referent für die Parteiarbeit. Hier zum Beispiel die von Christian Fellber entwickelte Gemeinwohlökonomie, ja. Darauf werde ich alles nachher eingehen, auf die neuen Aspekte in diesem, aber das zeigt einmal, so muss ein echt demokratisches Wahlprogramm aussehen, weil die Parteibasis oder die Partei richtig erkennt als Voraussetzung, es wird uns nicht gelingen, dass unsere Parteibasis einer repräsentativen Wählerstichprobe entspricht. Also müssen wir die Wahl den Wählern überlassen, in Volksentscheiden. Und die Next Scientists for Future vom Weltrat hier haben ja auch eine Demokratisierungskette vorgeschlagen, also wir brauchen ganz viel mehr Demokratisierungsmaßnahmen. Und jetzt mache ich aber Folgendes, bevor ich hier drauf eingehe, setze ich jetzt, schlage ich hier mal vor, sozusagen, Wir haben hier so ein bisschen zu viele parteiinterne Experten und zu wenig der besseren externen Experten. Ich habe ja klargemacht, dass die besten Experten der Welt grundsätzlich niemals Mitglied einer Partei werden wollen, weil sie der Welt zur Verfügung stehen wollen und eben nicht mit einer Partei assoziiert werden, von der sie ja gar nicht wissen, ob die sich nicht in eine ganz negative Richtung mal entwickelt irgendwann. Und von daher, die externen Experten sind die wichtigeren. Also man sollte vielleicht dann hier zwei parteiinterne Experten berücksichtigen und vielleicht drei externe, wobei man das ja variieren kann. Das hat ja dieses Mitglied von Wir2020-EU auch vorgeschlagen, richtig. Nämlich, dass man, wenn zum Beispiel zu einem bestimmten Thema Professor Hans-Werner Sinn als Experte nichts zu sagen hat, dann nimmt man dann halt andere Expertenvorschläge rein in solch einen Volksentscheid. Übrigens, wie könnte man, achso, das mache ich aber dann, das mache ich nachher. Ich fange erst einmal mit Professor Hans-Werner Sinn an. Als neuen Experten, der hier sicherlich nicht zu allen Bereichen auftaucht, aber jetzt zum Beispiel zum Bereich Wirtschaft, Handel, also zum Thema Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeitsabbau, da würde jetzt Professor Hans-Werner Sinn gut reinpassen. Wir hätten hier also in dem Volksentscheid, also Politik national und international steht hier, Wir hätten also hier jetzt einen Volksentscheidspunkt Null-Arbeitslosigkeit als Ziel. Und ich bin jetzt quasi ein Referent, der für die Parteien ein Referat hält darüber, was Professor Hans-Werner Sinn uns berichtet. Sie können das übrigens alles nachschauen, wenn Sie bei Thilo jung und naiv, da sollten Sie drei Sendungen im Prinzip auswerten. Die Sendung mit Professor Sinn, die Sendung mit Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie und vielleicht noch mit Professor Nico Pech von der Postwachstumsekonomie und dann noch Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen. Diese Sendung, da können Sie und die Parteimitglieder können darüber referieren und dann haben Sie schon die wesentlichen Gedanken dieser Top-Experten erfasst und können Sie in diese Volksentscheide mit reinbringen. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal, was Professor Sinn bei Thilo jung und naiv so alles erzählt hat und mache das in einer Kurzversion. Wir sind jetzt also beim Volksentscheid und sind jetzt mal bei Politik national und zwar Nullarbeitslosigkeit. Und dann erzähle ich Ihnen mal. Also, Professor, mein Referat. Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirtschaftler, Experte für das Thema Nullarbeitslosigkeit. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat damals aus Sicht von Professor Sinn etwas Gutes getan. Er hat die Arbeitslosigkeit, die immer größer wurde in Deutschland, drastisch reduziert. Wie hat er das gemacht? Es ist quasi so, als hätte Gerhard Schröder zusammen mit Professor Sinn vielleicht oder inspiriert durch Professor Sinn eine erste Ahnung davon bekommen, dass die Welt vielleicht so funktioniert, dass die Sozialsparten, also Arbeitsamt, ich zeige das mal hier, also die Sozialsparten, also ja, ne, oder vielleicht fangen wir so an. Als hätte Gerhard Schröder und Professor Hans-Werner Sinn geahnt, hoppla, es gibt ja vielleicht doch einen gewaltigen antikooperativen Anteil in der Gesellschaft. Es ist nicht so, dass alle nur kooperativ handeln, sondern dass eben da vielleicht auch Dinge geschehen, die die Arbeitslosigkeit vergrößern. Und zwar, das Erste, was Ihnen aufgefallen ist, ist die Verwöhnung als Aspekt. Ja, also es ist Ihnen aufgefallen, als hätten Sie geahnt, hier, das also hier, das ist der große Kuchen. An dieses Geld wollen alle ran. Alle Sparten hier außenrum sind die Sparten und die versuchen zu fressen von dem Kuchen, so viel sie kriegen können. Und eine der wichtigsten Sparten sind die Sozialsparten, zum Beispiel Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialberufler. Das ist vielleicht die schädlichste Sparte für jede moderne Gesellschaft. Und die können natürlich dann die größten Karrieren machen und die größten Gehaltserhöhungen bekommen, wenn es immer mehr Arbeitslose gibt und immer mehr Sozialfälle und immer mehr verwahrlosende Menschen, die sozusagen nicht mehr integriert sind und nicht mehr mitarbeiten dürfen an der Gesellschaft, sondern ausgegrenzt, ausgesondert auf dem Abstellgleis stehen, sozusagen. Und das hat der Bundeskanzler Gerhard Schröder zusammen mit, inspiriert von Professor Sinn, geahnt und hat gesagt, hoppla, was wir machen mit der Arbeitslosenhilfe ist eine zu große Verwöhnung. Wir halten ja quasi die Leute sozusagen weg von der Arbeit, indem die dann sozusagen ja denken, ja, wenn ich so viel Arbeitslosenhilfe kriege, warum soll ich denn einen Job annehmen, wo ich viel weniger kriege als diese Arbeitslosenhilfe? Das mache ich nicht, ja. Und durch diese Verwöhnung, und jetzt haben die beiden natürlich nicht richtig begriffen, das, was wir wissen, dass das nämlich die Arbeitslosenhilfe quasi ein Konzept ist, das von den Sozialsparten gepusht wurde, zum Beispiel wahrscheinlich auch innerhalb der SPD, von den Leuten, die zugleich SPD-Mitglieder sind und zugleich Mitarbeiter in den Sozialsparten sind. Außerdem haben diese Sozialsparten natürlich auch die ganze Gesellschaft infiziert mit diesen Vorteilbring, ihren Vorteilbringenden Irrtümern, die dann im Rest der Gesellschaft als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes negativ wirken und manipulativ wirken. Und diese, die Sozialspartler haben also in die SPD reingebracht, ja, so, ja, nee, Arbeitslosenhilfe ist super, muss sein, ist eine soziale, eine echt soziale Politik, eine echt linke Politik. In Wirklichkeit ist es die asozialste Politik überhaupt, weil es, wie gesagt, die Menschen über Verwöhnung dahin bringt, dass sie eventuell dann verwahrlosen und gar nicht mehr in die Arbeitswelt zurückkommen, weil sie dann auch zu lange draußen sind und so weiter. Und diese Verwöhnung, Gerhard Schröder muss irgendwo geahnt haben, dass diese Verwöhnung gefährlich ist und dass die einer der Faktoren für die Massenarbeitslosigkeit ist. Dann hat er quasi gesagt, wir reduzieren die Arbeitslosenhilfe und machen die im Prinzip weg, schaffen die Arbeitslosenhilfe ab, haben dann also nur noch das Arbeitslosengeld und gehen dann direkt über in Hartz IV. Also direkt von, also ohne Arbeitslosenhilfe geht es dann über direkt in Hartz IV. So. Und da haben natürlich alle Sozialsparten aufgeschrien, weil sie jetzt geahnt haben, ja, oh, jetzt gibt es weniger Kundschaft für uns, ne, und haben natürlich rebelliert, haben gesagt, unsozial ist doch keine linke Politik. Aber natürlich war das eine gute linke Politik, weil sie nämlich einfach die Zahl der verwahrlosenden Arbeit, Dauerarbeitslosen, drastisch reduziert hat. Das war also laut Professor Hans-Werner Sinn ein Riesenerfolg, für den aber Gerhard Schröder geprügelt wurde von allen sozial-spartlerisch infizierten Menschen. Denn er hat ja damit den Sozialsparten, den Arbeitsamtmitarbeitern große Teile ihrer Kundschaft weggenommen, weil die Leute jetzt bereit waren, nicht mehr verwöhnt wurden und bereit waren, wieder zu arbeiten. Aber natürlich hatte Gerhard Schröder und Professor Sinn nicht die Erkenntnis, dass auch Hartz IV schon eine viel zu große Verwöhnung darstellt, dass man darüber nachdenken muss, ob man die nach und nach, wenn die Maßnahmen gegriffen haben, dass sowieso kaum noch jemand arbeitslos ist, weil ja unser Konzept auch die neuen Anreize für die Arbeitsamtmitarbeiter und die Sozialspartler darauf hinauslaufen, dass wir uns sozusagen rasend schnell dem Zustand Nullarbeitslosigkeit nähern werden, weil es dann keine Karrierechancen mehr gibt für mehr Arbeitslose, sondern nur noch für weniger Arbeitslose beziehungsweise für einen möglichst hohen Prozentsatz an Vollbeschäftigung im Bezirk, für den man zuständig ist. Ja, und das kann man dann in Teamarbeit machen, sodass dann immer kleine Teams zuständig werden für bestimmte Bezirke und diese Teams kriegen dann nur noch Verdienstzuschüsse und Karrieremöglichkeiten als positive Anreize, wenn der Prozentsatz an Vollbeschäftigung im Bezirk drastisch nach oben wandert, sozusagen. Und zwar dann auch immer natürlich auch abhängig von der Höhe des Gehaltes, das dann erzielt wird. Ja, also, da und jetzt passierte Folgendes. Jetzt schlugen, nachdem Gerhard Schröder quasi die Arbeitslosenhilfe weggenommen hat und damit den Sozialspartlern quasi Arbeitslose und Sozialfälle weggenommen hat, kam es zu einem Gegenschlag von den Sozialsparten. Die sagten, ja, aber jetzt müssen wir den Mindestlohn einführen. Weil, was sie nicht wussten, sondern diese Idee, dachten sie, wäre wieder eine linke soziale Politik. In Wirklichkeit führt die dazu, wenn ich den Mindestlohn einführe, dann gibt es wieder viele Leute, die nicht leistungsfähig genug sind, den Mindestlohn nicht wert sind und die werden dann von den Arbeitgebern wieder nicht mehr beschäftigt und landen wieder im Reservoir der Langzeitarbeitslosen. Und dann haben die Sozialspartler wieder mehr Kundschaft. Also der Vorschlag, also das ist wieder ein Mindestlohn, ist also ein Konzept, das ein vorteilbringender Irrtum für die Sozialspartler ist. Und Professor Hans-Werner Sinn ahnt das wohl ansatzweise und hat gesagt, bei Tilo Jung, ja, aber Mindestlohn ist nichts anderes. Je höher man den Mindestlohn zieht, desto mehr Dauerarbeitslose wird man und Langzeitarbeitslose wird man so erzeugen. Und ist es nicht besser, wenn die Leute lieber für drei Euro die Stunde arbeiten, als dass sie gar nicht arbeiten? Und Tilo Jung hat dann eher immer dafür plädiert, Nee, die sollen nicht arbeiten für drei Euro. Die sollen einen hohen Mindestlohn von zwölf Euro oder so bekommen. Und so weiter. Und deswegen ist der Experte Professor Hans-Werner Sinn so wichtig, weil er das erkennt, dass Mindestlohn schädlich ist. Nun geht aber Professor Sinn wieder nicht weit genug. Er erkennt nicht, dass auch die Idee der Tariflöhne und der Gewerkschaften heutzutage, man kann darüber diskutieren, ob Gewerkschaften mal früher eine wichtige Funktion hatten, bevor es einen Sozialstaat gab. Aber wir haben jetzt einen Sozialstaat und zwar den großzügigsten aus in aller Welt und alle Welt strömt nach Deutschland, um an diesem großzügigen Sozialstaat profitieren zu können, sozusagen. Also wir haben nun mal jetzt den besten und größzügigsten und zuverlässigsten Sozialstaat der Erde. Da wollen auch alle hin. Und man kann sich natürlich auch fragen, wer will dahin? Wer will davon profitieren? Und jetzt müsste man ja aber eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, Herr Professor Sinn. Nämlich sagen, ja, wenn der Mindestlohn doch Menschen aussondert und sie der Dauer- und Langzeitarbeitslosigkeit überlässt, dann haben doch Tariflöhne und Gewerkschaften genau die gleiche Funktion und kosten uns noch alle viel Geld. Ja, also deswegen der Satz, ein Unternehmen, ein Großunternehmen, wo es Tarifverträge gibt, kann ja quasi jemanden, der fähig ist, aber zum Beispiel nur 10 Euro pro Stunde wert ist, gar nicht beschäftigen, weil der Tariflohn über 10 Euro die Stunde liegen dürfte. Und dann wird dieser Mensch nie eine Chance kriegen in einem solchen Unternehmen mit Tarifverträgen. Und das ist asoziale Politik, das ist anti-linke und asoziale Politik, weil sie quasi garantiert, dass es eine Armee von verwahrlosten Dauer-Langzeitarbeitslosen geben muss. Wenn wir also jetzt Gerhard Schröder und Professor Hans-Werner Sinn konsequent zu Ende denken und die Next Scientists for Future haben das natürlich zu Ende gedacht, sagen sie ganz klar, Mindestlohn sofort abschaffen, das ist die Äußerung von Professor Hans-Werner Sinn. Und wir, die Next Scientists for Future, erweitern uns sagen, positive Anreize für die Erhöhung des Prozentsatzes der Vollbeschäftigung im Bezirk, für den man zuständig ist für die Arbeitsamtmitarbeiter und dadurch Beendigung der Dauer, also dadurch Annäherung an das Ziel Nullarbeitslosigkeit, Mindestlohn, Gewerkschaften und Tarife abschaffen, einsparen, einfach diese wertvollen Leute in der Wirtschaft mit anpacken lassen und dadurch ein Wirtschaftswunder erzeugen, sodass wir dann diese 700 Euro netto im Geldbeutel für jeden Arbeitenden in Deutschland erzielen können, indem wir auch die Gewerkschaftskosten einsparen und die Tarifverhandlungen und Tarifstreitigkeiten und Tariflöhne, all das einsparen. Die ganzen Streikkosten können wir einsparen. Das ist alles unnötig. Wir haben doch einen Sozialstaat. Wir brauchen doch nicht drei Sozialstaaten. Wir haben doch schon den großzügigsten Sozialstaat der Erde im Moment. Ja, und dann das nächste Element wäre dann auch noch die Verwöhnung durch Hartz IV zu, ganz am Schluss, wenn alle anderen Maßnahmen schon gut laufen, dann noch am Schluss Hartz IV pro Monat 10 Prozent reduzieren, um die Verwöhnung, die in Hartz IV drin steckt, noch zu reduzieren und dann werden wir null Arbeitslosigkeit haben. Jeder Mensch, der unbedingt das darauf anlegt, gar nicht arbeiten zu wollen oder einer sozialen Arbeit nachzugehen, die nicht honoriert wird bis jetzt, der kann das tun, weil das Hartz IV wird nur runtergeschrumpft bis auf eine Höhe, bei der man sich kerngesund ernähren kann. Das haben die Next Scientist for Future monatelang immer wieder getestet, dass man mit einem Erwachsenen mit allerhöchstens 50 Euro im Monat kerngesund ernähren kann. Und dann vielleicht noch 45 Euro Strom, 40 Euro oder 35 Euro Internet und Telefon und fertig. Und mehr gibt es nicht. Also so circa 130, 140 Euro wären das im Moment Hartz IV. Aber damit und dann mit Rechtsschutzversicherung, Krankenversicherung, Wohnung, damit können Sie kerngesund überleben, auch wenn Sie sich absolut weigern, mitzuarbeiten an der Gesellschaft. Und das ist immer noch total großzügig. Das würden Sie so dann auch in keinem anderen Land der Erde wahrscheinlich so kriegen, weil das würde ja bedeuten, die Leute, die sich total weigern zu arbeiten, haben trotzdem alles, was sie brauchen. Heizung, Wohnung, Einrichtung. Denken Sie an unsere Wohnungsamtreform. Also die haben alles und brauchen nie zu arbeiten. Und das ist doch wohl, da werden sich manche Wählerinnen noch beschweren, dass das immer noch zu großzügig ist, dass man die Arbeitsverweigerer, denen das vielleicht auch noch reduzieren sollte. Aber ich denke, bei 140, 130 Euro im Monat und dann noch Wohnen, Versicherungen und so weiter, das ist dann schon, sagen wir mal so, die Verwöhnung ist dann zumindest nicht mehr so groß wie jetzt, wo die Leute ja so verwöhnt werden, dass sie das 450 Euro kriegen. Immerhin sind das dann wenigstens 310, 320 Euro weniger. Eine weniger Verwöhnung. Aber na gut, also immer noch ist es total großzügig, weil es quasi bedeutet, dass jemand, der sich absolut weigert, überhaupt nur einen Finger krumm zu machen für die Gemeinschaft, also der absolute Sozialparasit, hat dann alles, was er zum Leben braucht. Und das ist total großzügig. Das ist total soziale Politik sozusagen. Das ist immer noch so großzügig, dass es in den meisten Staaten der Erde das niemals geben würde. Gut, damit haben wir Professor Hans-Werner Sinn berichtet. Und jetzt machen wir noch ein Kapitel auf. Hier, Volksentscheid. Wir gehen hier zurück zu Politik international und wir gehen hin zu Politik international. Und da gäbe es dann vielleicht ein Unterkapitel in dem Volksentscheid. Politik international und das Volksentscheid wäre Umweltschutz und Thema Klima oder CO2 und andere Luftschadstoffe. So, und da ist jetzt der Vorschlag von Professor Hans-Werner Sinn. Ach so, ich habe noch vergessen zu erwähnen, was ist der zweite Faktor? Was ist der Hauptfaktor, mit dem die Sozialspartler, ich gehe noch mal zurück, was ist der Hauptfaktor, mit dem die Sozialspartler, also die Arbeitsamtmitarbeiter und die Sozialberufe, die Menschen festhalten, neben der Verwöhnung? Ich habe mich heute nur auf die Verwöhnung konzentriert. Was ist der zweite Mechanismus? Das nicht helfen. Also Arbeitsamtmitarbeiter helfen ja faktisch, den Arbeitslosen nicht wirklich in Arbeit zu kommen. Dadurch, wenn es durch die positiven Anreize der Next Scientist for Future wird bewirkt, dass das jeweilige Team eines Bezirkes einen Arbeitslosen nach dem anderen zu Hause abholt, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber geht und nicht ruht, bis er untergebracht ist. Weil eben man ja nur noch Karriere machen kann im Arbeitsamt, wenn die Zahl, der Prozentsatz der Vollbeschäftigung ansteigt und dabei bei jeder einzelnen Person, die ansteigt, auch noch ein möglichst hohes Gehalt am Ende rauskommt. Kann ja am Anfang ein winziges Gehalt sein, das aber dann nach und nach ansteigt. Man kann theoretisch mit 0 Euro pro Stunde beginnen und kann dann hochfahren, je nachdem, wie weit der Arbeitgeber erkennen kann, dass dieser Arbeitnehmer wirklich was wert ist. Und dann bekommt auch der Arbeitende von den Geldern, die er anfangs verdient, 100 Prozent dessen, was er verdient, zusätzlich zum Hartz IV dazu, damit er eben auch motiviert ist, wirklich weiterzuarbeiten. Also kriegt er alles, 100 Prozent und irgendwann geht das dann über, dass es dann nicht mehr 100 Prozent sind, sondern irgendwie weniger werden und so weiter. Aber das, bis er dann vielleicht irgendwann sein eigenes Geld zu 100 Prozent wieder verdient. Ja, das ist der Vorschlag. Das war jetzt wieder Next Scientist for Future vom Weltrat als Vorschlag. So, und jetzt wollten wir aber darstellen, was ist mit Professor Hans-Werner Sinn zum Thema Luftschadstoffe, CO2, Klima und so weiter. Da ist sein Vorschlag, da bezieht er sich auf den ehemaligen Nobelpreisträger William Nordhaus und dessen Konzept eines weltweiten Emissionshandels. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Rundterrubrik Politik international. Ja, und das ist genau das Richtige, dass eigentlich da ein Club der Willigen entstehen muss und und in den Club der Willigen, wenn dann zum Beispiel seine Idee ist, dass da USA, China und Europa eintreten und bereit sind, einen hohen Preis für alle, ich würde es vorschlagen, gleich alle Luftstoffe zu nehmen, nicht nur auf CO2 konzentriert, sondern auf alle Stoffe, die emittiert werden, damit wir endlich saubere Luft kriegen. Nicht drei Ansätze, sondern ein Ansatz für alles. Also, das gesamte Luftmeer wollen wir jetzt sauber kriegen, also sozusagen Luftschar, alle Luftstoffe. Ja, und jeder, der noch irgendwas in die Luft emittieren möchte, muss dann dafür richtig viel Geld bezahlen. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich mir vorstellen, warum wird das nicht gemacht, was Professor Sinn und William Nordhaus da bis jetzt vorgeschlagen haben? Na, vermutlich, weil China, USA und Europa zu Recht im Hinterkopf denken, wenn wir den Vorreiter machen und wir beginnen mit dem Club der Willigen, dann wird es vielleicht Länder geben, die diesem Club der Willigen nicht beitreten, trotzdem sie dann ja an allem Welthandel ausgeschlossen werden, weil sie dann ja quasi in den Club der Willigen darf nur importieren, wer sich diesem Club der Willigen angeschlossen hat. Ja, aber da wird es dann vielleicht noch Länder geben, die sagen, okay, dann verzichten wir auf den Import in diesen Club der Willigen hinein und emittieren aber weiterhin munter Luftschadstoffe. Ja, so, und da deswegen sagen die Next Scientists for Future wieder im Unterschied zu Professor Sinn, den Club der Willigen müssen die ärmeren Länder, die ja angeblich auch stärker betroffen sind durch zum Beispiel den Klimawandel, die müssen den vorschlagen, die müssen mit dem Club der Willigen anfangen, damit dann die USA in die Logik hineinkommt. Ja, wenn die dritte Welt genauso viel zahlen muss wie die zweite und erste Welt, dann ist das fair und das bedeutet, dass sich die wirtschaftliche Position der unterschiedlichen Welten nicht verändert. Während wenn die erste Welt anfängt, teures Geld verliert und teuer in die Beendigung der Luft Emissionen investieren muss, dann wird die erste Welt zur dritten Welt und die dritte Welt zur zweiten und ersten Welt und dann sind irgendwann USA, China und Europa die Abgehängten. So, das wollen die USA wahrscheinlich nicht, trotz Biden, Trump wollte es auf jeden Fall nicht, dass die USA dritte Welt wird. Also denke ich, dass nur der Vorschlag der Next Scientists for Future am Ende Erfolg haben kann, nämlich, dass die dritte Welt beginnen muss mit dem Angebot des weltweiten Emissionshandels für alle Luftschadstoffe mit einem gleichen Preis für alle und diesem Club der Willigen können sich dann wirklich die ganze Welt anschließen und dann haben wir das Problem gelöst. Ja gut, so viel also Professor Sinn, wie gesagt, da geht der Club der Willigen eher bei seinem Vorschlag eher von den der ersten Welt muss der ausgehen und unser Vorschlag lautet, er muss von der dritten Welt ausgehen, damit die erste Welt mitmachen kann. So, dann überfliege ich das jetzt hier gerade mal, also ich wiederhole noch mal ganz kurz hier, ich habe also jetzt quasi ein Referat über den Experten Professor Hans-Werner Sinn gehalten, es ging auch um den Kanzler Gerhard Schröder, ich erinnere noch mal daran, dass die Next Scientists for Future betonen, dass der wichtigste Weg, wie die Sozialspartler sozusagen unser Leben, also die Langzeitarbeitslosigkeit zementieren, das ist in erster Linie das nicht helfen und erst in zweiter Linie die Verwöhnung, aber Professor Sinn und Kanzler Schröder hatten sich nur auf die Verwöhnungsseite konzentriert und hatten die Arbeitslosenhilfe erkannt als zu große Verwöhnung und die abgeschafft. und dann hat Professor Sinn noch erkannt, dass was danach folgte, nämlich dass dann die Sozialspartler Werbung, die Werbetrommel trommelten für den Mindestlohn und der dann auch tatsächlich eingeführt wurde, zum Glück nicht so extrem hoch, dass das natürlich wieder dann eigentlich ein Mittel ist um weiterhin Langzeitarbeitslosigkeit zu garantieren und damit Kundschaft für die Sozialsparten zu garantieren und dass das eben keine linke Politik ist, sondern eigentlich eine Politik ist, wo die Sozialsparten profitieren und die Gesellschaft darunter leidet. Also der Mindestlohn und das ist jetzt wieder Next Scientists for Future, der Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflöhne garantieren den Sozialspartlern als einzigen Profiteuren des Ganzen genügend verwahrlosende Arbeitslose. Deswegen also gehen die Next Scientists for Future noch weiter als Professor Sinn und sagen, nicht nur Mindestlohn abschaffen sofort, sondern Tariflöhne und Gewerkschaften sofort einsparen. Wir brauchen diese wertvollen Mitarbeiter, die da überall tätig sind in der Wirtschaft, um unser Wirtschaftswunder zu vergrößern. Ja, und dann hatte ich erwähnt, dass der weltweite Emissionshandel aller Luftstoffe nach Sicht, aus Sicht von Professor Hans-Werner Sinn von der Ersten Welt als Club der Willigen ausgehen sollte. Und ja, das war's. Das war mein Referat darüber und dass die Next Scientists for Future sagen, der weltweite Luftemissionshandel für alle Luftstoffe muss von der dritten Welt ausgehen, kann ja von der ersten Welt inspiriert werden und der dritten Welt angeboten werden, aber die dritte Welt muss zuerst einsteigen und dann wird die zweite Welt einsteigen und die erste Welt und dann wird die ganze Welt dabei sein. Aber andersrum wird das wohl kaum funktionieren, weil der Trump hat das ja ganz deutlich gemacht, so nach dem Motto America first, ich werde nicht bereit sein, also Amerika in ein dritte Welt Land zu verwandeln, indem wir mit China und Europa den Vorreiter machen und dann die dritte Welt zur ersten Welt wird und die erste Welt zur dritten Welt. Das werden wir nicht machen. Biden ist da schon wieder ein bisschen anders. Er ist stärker infiziert von den Sozialspartlern, die es ja auch in den USA reichlich gibt. Und naja. Sie sehen jetzt einmal diesen Volksentscheid. Also haben wir jetzt erweitert und haben jetzt quasi echte Experten reingenommen, also richtig kompetente Experten. Und jetzt ziehen wir noch die Matriarchatsforschung, schon mal einen Vorblick auf die Matriarchatsforschung. Ja, das könnte jetzt passend in Politik national oder es passt auch in Wirtschaft, ökologische Landwirtschaft. Und ich mache nur einen ganz kurzen Vorgriff, weil wir haben die Top- Vertreterin der Matriarchatsforschung, eine Doktorin am 22. 1. und 22. 2. und 1. 3. Jahr dann in der Talkshow. Aber als kurzer Vorgriff zum Volksentscheid also Matriarchatsforschung. Matriarchatsforschung im weitesten Sinne, die Next Scientists for Future sind ja Spezialisten für die Ur- Matriarchatsforschung. Matriarchatsforschung generell fußt irgendwo auf der Erkenntnis, dass der vorteilbringende Irrtum, der so von bestimmten Sparten ausgestreut wird, zum Beispiel denken wir an die Medizin, Impf- und Pharma- und Testsparte, die uns den vorteilbringenden Irrtum in unsere Köpfe reintrichtert. Och, uns geht es doch viel besser, die Menschen waren ja früher alle dauerkrank, aber jetzt endlich gibt es ja unsere Segnungen, die Impfungen und jetzt müssen die Menschen nicht mehr so schrecklich leiden. Die Wahrheit ist genau umgedreht, die Menschen waren früher wahrscheinlich vor 400.000 Jahren absolut kerngesund, topfit, langlebiger als heute, zumindest bezogen auf ihren Genbestand. Darüber muss man noch streiten, wie weit sich in den letzten 400.000 Jahren der Genbestand die gengesteuerte Langlebigkeit vielleicht verlängert haben könnte, aber nehmen wir den Genbestand, den jeweiligen Genbestand, also den genetischen Sterbezeitpunkt und dann hatten wahrscheinlich, müssen wir davon ausgehen, dass wir heute, wir haben heute gerade mal zwei Drittel, also von den 127 Jahren, die laut Professor Sven Völpel ungefähr, dass der natürliche Sterbezeitpunkt der heutigen Menschen sein könnte, von dem erleben wir ja nur zwei Drittel, die meisten sterben ja schon so mit 80 ungefähr und wahrscheinlich war es so, dass damals vor 400.000 Jahren die Leute nicht nur zwei Drittel, sondern vielleicht mindestens drei Viertel oder vier Fünftel ihrer ihres genetischen sozusagen, ihrer genetischen Altersspanne erleben durften und dass sie viel gesünder gelebt haben und viele Krankheiten auch gar nicht kannten und so weiter und das ahnen irgendwo auch die Matriarchatsforscher, dass früher eben nicht alles schlechter war und wir jetzt im Paradies leben, sondern dass es umgedreht ist, dass der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus eher bedeutet, dass es uns allen viel schlechter geht als früher in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel weil jetzt Einsamkeit die große Volkskrankheit Nummer eins geworden ist, die Todesursache Nummer eins, denn Einsamkeit triggert auch Suchtverhalten, also einsame Menschen trinken mehr Alkohol, rauchen mehr Zigaretten und sterben deswegen sehr viel früher und so weiter, nehmen mehr Drogen, nehmen mehr Medikamente, unternehmen mehr Psychopharmaka und 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 also und Einsamkeit erzeugt die Volkskrankheit, Depression und 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 die Suizide müssen wir noch mit dazu rechnen, also das heißt, die Matriarchatsforschung gehört auch mit zu diesen seltenen Gruppen wie die Next Scientist for Future, dass sie die Ahnung haben, dass es uns früher mit dem Matriarchat besser ging als mit dem grausamen patriarchalen Raubtierkapitalismus heute und das bedeutet also hier, wenn wir mal die Zeitskala anschauen, ja, ja, da ist sie, das ist eben vor die Matriarchatsforschung sagt quasi, dass es so vor vor hunderttausend Jahren hier so, dass da es viel mehr Matriarchat gab und den Menschen viel besser ging, dass dort auch das Liebesleben viel erfüllender und erfüllter war, ich denke nur an den Fernsehbericht bei Phoenix vom Volk der Mosu oder Mosu in Hinterchina, wo also quasi jede Frau übers Jahr verteilt hat mit circa 70 verschiedenen Männern erfüllenden Sex hat und jeder Mann mit jeder Frau übers Jahr verteilt, 70 Männer mit 70, jeder Mann mit 70 verschiedenen Frauen übers Jahr verteilt erfüllenden Sex hat, ne, und das ist, das ist, ja, das macht Spaß und ist erfüllend und abwechslungsreich und so weiter und entspricht dem genetischen Bestand schon viel mehr des Menschen als eine Monogamie, in der sich die Menschen sehr schnell sexuell langweilen und dann sogar das Liebesleben oft einschläft und dann eben nur noch fressen, saufen und rauchen bleibt, ja, und entsprechend dann das Übergewicht in der Bevölkerung, ja, ja gut, also das heißt, Matriarchatsforschung kann uns helfen zu verstehen, was hat uns alles der patriarchale, bösartige Raubtierkapitalismus an Lebenslust und Lebensfreude geraubt und vielleicht ist der Naturzustand des Menschen, für den er genetisch geeicht ist, heute immer noch die matriarchale Lebensweise, das Leben in matriarchalen Clans oder wie die Next Scientists for Future sagen würden, eventuell sogar in urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen, ja, darauf sind wir eventuell genetisch geeicht. Das ist das, was wenn man die gesamte Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums versteht und wir wissen ja nicht, ob es da vorher schon andere Explosionen oder Ausdehnungen gab, ja, aber zumindest diese kennen wir, dieses Universum mit seinen Explosionen und Ausdehnungen und Bewegung dadurch und Leben als Automobilität, quasi stoffliche Erfindung der Automobilität in diesem Universum, ja, ja, das ist die Situation. Ja, dann gucke ich nochmal, ob ich hier noch was finde, worauf ich noch Bezug nehmen sollte. Ja, also, und dazu passt übrigens auch, es passt ja auch dann dazu, dass hier das, was manche Professoren beschreiben, dass wir gerade in einem Degenerationsprozess sind, das passt ja dazu, das heißt, also hier war das Urmatriarchale noch in vollster Blüte, dann fing es allmählich an, dass allmählich die ersten Vorläufer des patriarchalen, grausamen Raubtierkapitalismus aufkamen und diese Vorformen eine Abschwächung der Positiventwicklung eine Abflachung der Kurve zur Folge hatten und dann eine Degeneration also seit den letzten 40.000 Jahren angeblich ungefähr 150 Milliliter Gehirnvolumens Verlust also 0,15 Liter Hubraum also eine 150 Kubik Maschine an Hubraum Verlust im Gehirn und weitere gesundheitliche Degeneration und dass eben das gesunde Leben hier das matriarchale gesunde Leben also quasi immer weiter zerstört wurde durch den patriarchalen Raubtierkapitalismus und in diese Großgruppe gehört eben die Matriarchatsforschung irgendwie auch rein wir werden sehen wie genau sie da reinpasst in den Talkshows oder ob sie nur ungefähr reinpasst gut das ist also sozusagen die Sache ja das weist uns nochmal auf den Gedanken immer erwähnen die zwei gefährlichsten Sparten in der Welt sind die Sozialsparten und die NGOs ach ja ich habe ja noch was zu tun ja und hier unser noch unser Tipp bloß keine Feindschaft mit den Politik Königen den Journalisten Königen und den Milliardärskönigen sondern miteinander das Problem lösen hier das ist noch mal das Bild hier da kann man noch mal hier dass die matriarchalen Clans beziehungsweise die Bonoboschenker Kommunen sehen ja und dann hier ja da sind wir wieder hier allgemeine Messgrößen spezielle Messgrößen um die positiven Anreize setzen zu können hier noch mal die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer und hier noch mal der Hinweis auf den gewaltigen antikooperativen Anteil bei dem die vorteilbringenden Irrtümer eine größere Rolle spielen als die kriminellen Lügen ja und dann gehen wir jetzt noch mal hier wieder zurück auf den Volksentscheid würde ich sagen denn da war ja aber noch Neues gewesen da müssen wir jetzt ja noch eingehen der Volksentscheid jetzt vergrößere ich mal weil die neuen Sachen sind eigentlich nur hier rechts damit ich überhaupt lesen kann vielleicht können sie es ja dann auch lesen so was ist hier Neues hier wird als Experte die direkte genannt also ich bin ja der Meinung dass bei einem Volksentscheid die Quelle nicht genannt werden sollte damit die Bürger nicht beeinflusst werden durch die Quelle aber man kann auch die Quelle nennen damit die Bürger die sagen was vom Weltrat kommt ist sowieso immer gut das wähle ich mal grundsätzlich das kann ja dann durchaus auch ach ja hier unten rechts ja bitte immer an dem rundlichen Ding schneller drehen weil ich ja so langsam rede die direkte da wird also formuliert wir befürworten technischen Fortschritt im Interesse des Menschen jedoch auf der Basis der Selbstbestimmung daher sind wir für freie Impfentscheidung freie Wahl des Zahlungsmittels freie Arztwahl und jegliche andere Entscheidungsfreiheit in Bezug auf das eigene Leben das könnte man jetzt zum Beispiel weglassen weil das in dem Vorschlag der Next Scientist for Future ja drin ist bei uns gibt es keinerlei Impfzwang noch nicht mal Beratungspflicht denn eine Impfung ist eine Körperverletzung und da darf es noch nicht mal eine Beratungspflicht geben das ist schon ein zu großer Eingriff in die Selbstbestimmung wir müssen davon ausgehen dass wie alles andere auch die Impfungen in der Summe schädlich für die Bevölkerung sind denn wir wissen ja dass das Gesundheitswesen zum größten Teil antikooperativ ist manipulativ parasitär und schmarotzerisch ist und von daher wir müssen also das antikooperative des Gesundheitswesens ja drastisch zurückdrängen dafür sind ja unsere Reformen da also alles was hier steht könnten wir wegstreichen weil bei uns gibt es die freie Arztwahl bei uns werden alle Therapieformen werden als Hausarzt Ersatzpraxen zugelassen alles völlig frei bei uns gibt es völliges Bargeld also jeder muss voll ausgestattet bleiben Bargeld annehmen zu können auch wenn die Krankenversicherungseinkaufskarte oft benutzt werden wird von den Kunden damit der Bundeswahlleiter erfährt was sie gekauft haben an Gemüse und Obst und ob das dann auch gesund war damit es der Bundeswahlleiter statistisch auswerten kann ob das dann mir denn gut getan hat was ich da kaufe also ich würde sofort alles nur noch mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte bezahlen denn ich würde natürlich wollen dass die Quelle wo ich mein Obst und Gemüse kaufe dass die natürlich nur noch dann Verdienst Zuschüsse kript kriegt wenn das Zeug auch absolut gesundheitsförderlich ist und wenn es gesundheitsschädlich ist möchte ich dass diese dieser Laden dann keine Verdienst Zuschüsse mehr kriegt und pleite geht und an seine Stelle einen anderen Laden aufmachen kann der gesundheitsförderlicher ist und deswegen werde ich bei jeder Möglichkeit immer diese Krankenversicherungseinkaufskarte benutzen und selbstverständlich auch immer sorgfältig meine wohlfühlende stimme dem Bundeswahlleiter ständig jede kleine Änderung mitteilen aber immer muss es Bargeld geben und alles muss es muss immer zweigleisig laufen Bargeld und Karten oder Bargeld und Handy was auch immer aber das Bargeld muss immer erhalten bleiben deswegen könnte man jetzt das wegstreichen weil dieser Vorschlag ja im Vorschlag der Next Scientists for Future enthalten ist und nichts darüber hinaus liefert so dann schauen wir weiter hier steht als nächster Vorschlag hier auch wieder von die direkte könnte ja auch von jemand anderem sein denn wir haben ja gesagt fünf nebeneinander das können ja auch Experten sein die nur zu bestimmten Bereichen was haben so jetzt und zwar sind wir jetzt im Kapitel nicht mehr Gesundheitsreform sondern wir sind im Kapitel wo ist es Presseradio Fernsehen wir wir wünschen wir wünschen wir wünschen mündigen bürger der durch medien und politik ermuntert wird sich selbst ein urteil zu bilden wir lassen uns das denken nicht vorschreiben statt bevormundenem journalismus brauchen wir eine faire und das jeweilige für und wieder abwägende medien bericht erstattung die meinungsbildung vor volksentscheidung darf nicht durch kommerzielle werbung zum beispiel banken versicherungen konzerne beeinflusst werden ja soweit ist das gut aber kann gestrichen werden als vorschlag weil es im konzept der next scientist for future zu 100 prozent enthalten ist also keine also die werbefreiheit der öffentlich-rechtlichen medien erst mal mindestens ja also keinerlei geldzufluss das einzige geld darf sein steuerzahler oder kunden zu medium aber keinerlei annoncen keinerlei annoncen weil jede annonce ist ein kaufen eines mediums also insofern alles was hier angesprochen wird haben die next scientists for future längst drin in ihrem konzept also kann man das hier auch raus streichen im prinzip weil wir müssen ja in einem volks entscheid nicht identisch lautende vorschläge drin haben nur dass der vorschlag der next scientist for future noch natürlich noch viel weiter geht und das alles mit mit einschließt ja aber wir brauchen ja nicht etwas was drin ist in einem anderen konzept nicht noch einmal extra aufzuführen ja wir fordern das verbot aller ausländischen nicht regierungsorganisationen NGOs und für die inländischen nicht regierungsorganisationen das verbot geldspenden oder sachspenden aus dem ausland entgegen zu nehmen hier steckt ja auch so eine ahnung drin wie gefährlich die NGOs sind nur wird hier betont dass die NGOs nur das verbot kriegen sollen geldspenden aus dem ausland entgegen zu nehmen nein das kann man mal drin lassen weil das unterscheidet sich von den next scientists for future die next scientists for future würden wieder dagegen stellen generell muss jede form der bettelei verboten werden also egal ob inländische bettelei geldspenden oder sachspenden annehme generell muss jede form der bettelei und das alles spenden und betteln grundsätzlich verboten werden wir haben einen staat der alles unterstützt und überall großzügig alles sponsert und unterstützt und so weiter und bettelei generell als teil der verwöhnung auch im sozialbereich muss aufhören ja grundsätzliches verbot jeglicher erbittelei und jegliches spendens ja denn wenn jemand zum beispiel kleidung spenden will oder wenn er irgendwas spenden will dann kann er das an den staat spenden ja und das geht dann in die vom staat mit unterstützten second hand shops und wird dann ganz billig verkauft also alles was jemand verschenken will das darf er gerne dem staat schenken aber nicht mehr an einzelpersonen weil immer dann irgendetwas negatives damit passiert ja und so weiter also spenden an den staat gerne aber sonst absolutes verbot aller anderen bettelein und spenden prozesse das wäre der gegen vorschlag und das gilt ist ganz egal ob inländisch oder ausländisch das gilt ganz generell wir fordern eine offenlegungspflicht seitens der zeitungen fernseher und radiosendungen stationen über alle einnahmen aus privaten und staatlichen quellen um für maximale transparenz zu sorgen das kann man drin lassen weil es sich unterscheidet es unterscheidet sich von den next scientists for future die sagen öffentlich-rechtliches nicht nur offenlegungspflicht sondern sofortiger stopp aller gelder außer steuergeldern so dass also sozusagen und absolutes wer erwischt wird als journalist dass er sich bestechen lässt von irgendjemandem 15 jahre gefängnis ja weil er damit ja die gesundheit und das leben aller bürger ruiniert besonders als öffentlich-rechtlicher man kann jetzt sagen bei den privaten da können wir nicht eingreifen die da kann es sinnvoll sein eine offenlegungspflicht zu machen dass also die privaten zeitungen und sender sozusagen offenlegen müssen von welchen konzernen sie sozusagen ihre gelder beziehen so damit deutlich ist aha das ist ein sender der dürfte ein manipulator im dienste der pharmakonzerne sein weil die viele werbespots von der pharmaindustrie beziehen denn die ganzen werbespots die im moment mit zdf und ARD laufen die würden dann ja auf die privaten sender überwechseln wenn überhaupt ne die würden das auch nicht mehr denn wenn die verdienst zuschüsse der next scientists for future eingeführt würden würden die pharmakonzerne sofort aufhören mit allen werbespots weil sie keine manipulation gegen die bürger mehr brauchen weil die sich nicht mehr rechnet ja und was sich nicht rechnet wird auch nicht mehr gemacht ja das ist der weg ja also aber immerhin diesen punkt kann man ja drin lassen um für maximale transparenz zu sorgen also das ist ein Ding das könnte man als Konkurrenz Vorschlag zu den next scientists for future drin lassen weil es sich unterscheidet so und dann haben wir hier was kommt jetzt hier kindergärten volksentscheidung ich gehe mal hier ein bisschen rüber damit man das besser sehen kann so jetzt kann man es glaube ich sehr gut sehen wir sind jetzt bei kindergrippen und kindergärten ökologische landwirtschaft da ist nichts neues gekommen oder wahrscheinlich nichts neues so wirtschaft handel mittelstand gemeinwohl ökonomie als experte diesmal mal hier aufgelistet die von christian felber entwickelte gemeinwohl ökonomie beruht auf einer freiwilligen zertifizierung von unternehmen nach sozialen und ökologischen kriterien das läuft also so ab dass die gemeinwohl ökonomie nur wenn das nicht mehr freiwillig ist sondern ein staatlicher zwang ist zu einem einer gemeinwohl bilanz und dass dann staatliche wirtschaftsprüfer für gemeinwohl bilanzen das ganze ein unternehmen quasi beurteilen und da sind wir schon am schwachpunkt des modells das sind subjektive beurteilungen und das problem ist dass die gemeinwohl ökonomie für mein gesünd für ein gesünderes leben ein längeres leben und ein glücklicheres leben und ein wohl reicheres leben überhaupt keine detaillierten messgrößen hat sondern das haben nur die next scientists for future das heißt es ist ein schwammiges konzept mit schwammigen daten die äußerst subjektiv und ungenau sind und ungenau und damit auch rechtsstreit anfällig sind da wird es eine prozessflut geben da wird um jeden punkt gestritten werden vor gericht ob das jetzt zu unrecht war und so weiter oder zu recht war und so weiter und und die gemeinwohlökonomie tut mir als mensch viel zu wenig die bietet mir keine garantie dass das was dann da zertifiziert wird dass das dazu führt dass ich gesünder auch wirklich gesünder und wirklich länger und wirklich glücklicher leben kann denn das ganze beruht auf einem aber glauben dass das was sich den namen anhängt es sei ökologischer landbau landbau wirklich gesünder sei dafür gibt es aus meiner sicht aber keinen hinreichenden beweis also diese ich hätte gerne nachgeprüft ich als wähler hätte gerne nachgeprüft dass geprüft wird dass wenn ökologischer landbau behauptet wird oder biologisches biologische landbau dann interessiert mich das überhaupt nicht das sind nämlich namen und namen sind schall und rauch mich interessiert nur was wirklich jemand kann und deswegen vergessen wir die namen ökologischer landbau vergessen wir permakultur vergessen wir all diese namen sind alle schöne namen und namen können täuschen und können manipulieren vergessen wir all diese namen messen wir doch lieber nach was was ein einzelner lieferant bringt messen wir doch nach ob ein lieferant der demeter heißt und behauptet irgendwie gesunde landwirtschaft zu betreiben ob das wirklich gesund ist oder lebe gesund die behaupten sie hätten gesunde produkte messen wir doch mal lieber nach wie die gesundheit wie sich die menschen gesundheitlich entwickeln die häufig diese produkte konsumieren und das tun nur die next scientists for future reformen genau das also gemeinwohlekonomie drin lassen präzisieren noch ein bisschen und aber das gesamte konzept der gemeinwohlekonomie ist schwammig und das konzept der next scientists for future vom weltrat ist präzise das ist der unterschied also beide sind sie gemeinwohlekonomien also die next scientists for future das ist eine gemeinwohlorientierte wirtschaftsordnung die ältere schwester von den beiden und die jüngere unausgereifte schwester ist die schwammige hier so dann lese ich mal vor was hier die direkte von der direkten formuliert wird sie können es schauen zum schutz zum schutz des bargeldes fordern wir einen annahmezwang von bargeld für die verkäufer von wahren und dienstleistungen das ist selbstverständlich und ist auch enthalten im vorschlag der next scientists for future könnte man also auch genauso gut als next scientists for future vorschlag aufschreiben weil nur so der tod das bargeldes zu verhindern ist und damit der schutz der privatsphäre sowie das recht auf informationelle selbstbestimmung zu gewährleisten ist schluck wasser wir wollen auch die macht ausländischer nachrichtendienste beenden und es nicht länger dulden dass befreundete nationen auf unserem territorium unsere bürger überwachen und ausspionieren können der schaden von wirtschaftsspionage in deutschland wird auf 100 milliarden euro im jahr geschätzt ja das kann man mal drin lassen ja das kann man drin lassen weil das ist was anderes darüber haben sich bis jetzt die der weltrat noch nicht geäußert über dieses thema also kann man das im volksentscheid drin lassen ja gute geschichte kann man mal das thema drin lassen ob das wirklich so einfach geht oder ob man sich da nicht mit den usa überwerfen würde und so weiter ja also ja also das muss man sehen und ob man das überhaupt hinkriegen kann ob das so einfach möglich ist spionage so zu einfach so zu beenden ob das so einfach überhaupt geht ja ansonsten was daran generell positiv ist ist hier dass es sich zeigt dass die direkte die ja von manchen verschrien ist als etwas rechtslastig ja dass die eben auch als experte gehört werden muss es muss ja nicht der name die direkte genannt werden wie ich ja vorhin schon sagte aber ihre die die expertenvorschläge müssen aufgenommen werden unabhängig davon ob jemand die quelle eines expertenvorschlags eventuell als rechts oder links lastig oder so bezeichnen würde und genau das ist ja das konzept dass alle experten gehört werden muss und dann kann man ja einfach so vorgehen dass man als parteiexperten die also sozusagen einen schlechten ruf haben und verleumdet werden in bestimmte richtungen dass man die halt dann unter ausschluss der öffentlichkeit anhört und dann deren anonymisierten expertenrat sozusagen anonymisiert und ohne quellenbenennung in den volksentscheid mit aufnimmt und damit hatte man das problem gelöst dass man also dann auch wirklich alle experten nutzen kann also mein vorschlag in geheimen sitzungen geheimen nicht öffentlichen online konferenzen zum beispiel bestimmte experten hören die ein bisschen einen schlechten ruf haben in der gesellschaft deren zentrale reformkonzepte niederschreiben und anonym und ohne quellenennung in den volksentscheid aufnehmen dann haben wir das realisiert was die frackpartei hier nochmal hier die frackpartei hier fordert und zurecht fordert und als einzige einhält dass man nicht wegen der verleumdungen andere experten ausschließen darf sondern deren in anonymisierter form alle experten vorschläge und reformkonzepte einbeziehen muss in ein solches volksentscheids wahlprogramm der neuen großen volkspartei der zukunft und ja jetzt kann ich also nur insgesamt hoffen dass die parteien die basis und wir 2020 noch nicht verloren sind sozusagen für für eben dieses für echte demokratie ja weil dort schon wieder so vieles in antidemokratische richtungen gelaufen ist hier haben wir noch mal politik national und international da haben wir wie gesagt dann eben besser hier wegstreichen also die Namen die Quellen woher ein Expertenvorschlag kommt sollte doch wohl am besten überall rausgestrichen werden weil damit nicht die Verleumdungen anderer über die Quelle eines Arguments das Argument schein entkräften können das wäre wieder im Sinne der frackpartei der freien argumentekultur partei so dann lese ich mal vor damit alle staatsgewalt auch tatsächlich vom volk ausgeht ist unsere unverrückbare hauptforderung artikel 20 absatz 2 des grundgesetzes der bundesrepublik deutschland zu ergänzen um folgenden passus schluck wasser auf nationaler ebene wird die selbstbestimmung des deutschen volkes durch volksabstimmungen garantiert ja das könnte man auch wieder weglassen weil es in den next scientists for future enthalten ist so circa alle drei monate ein volksentscheid und ich ergänze mal bei den next scientists for future ist das konzept so woher erfahren wir zu welchen themen die wählerInnen in der nächsten volks in der nächsten volksabstimmung befragt werden wollen da haben wir doch das tolle instrument wir haben doch die demokratie pur talkshows in den öffentlich rechtlichen fernsehsendern in drei öffentlichen groß fernsehsendern als übergangsform bevor dann der markt auch geöffnet wird und auch die privaten sich dann bewerben können um diese lukrativen positionen und da finden ja jeden tag dann also drei verschiedene demokratie pur talkshows zu verschiedenen tageszeitpunkten aus jetzt kann man folgendes machen man kann die fernsehzuschauer üben lassen und dann schon mal mit abgeben lassen nicht nur wen sie wählen in der demokratie pur talkshow also in diesem in dieser spielwiese des übens von vorwahlen mini volks entscheiden sondern man kann sie auch gleich das machen lassen was man dann auch in jedem vorwahlen mini volks entscheid macht dass man in die urne noch anonymisiert reinwerfen darf zu welchem thema man demnächst als nächstes volks entscheiden möchte ja das heißt also wir brauchen nicht diese schikanöse geschichte die jetzt hier kommt zum beispiel mit 250.000 unterschriften oder irgendwas oder so das ist alles schikanös nein bei jeder fernsehsendung können schon mal die wähler die zuschauer die fernsehzuschauer die ja eine nicht repräsentative wählerstichprobe darstellen können schon mal üben was sie so alles für als volksentscheidsthemen vorschlagen und wünschen und dann finden ja regelmäßig diese vorwahlen mini volksentscheide von den landes- und bundeswahlleitern organisiert statt und diese wähler diese repräsentativen wählerstichproben die dürfen dann auch wieder schreiben was zu was sie volksentscheide wollen und das geht dann anonymisiert und als geheime wahl als geheime nennung sozusagen in in die sache ein in die sozusagen in die urne ein sozusagen und das entscheidet darüber was die nächsten themen für den volks für die volksentscheide sind und solange noch themen saa sind werden auch immer volksentscheide gemacht und zwar innerhalb kurzer zeit immer so etwa drei monate vorlauf damit die leute die menschen drei monate diskussionszeit haben in allen medien und so weiter denn über jedes was im volksentscheid thema ist wird natürlich dann in allen talkshows diskutiert werden ja man kann dann auch so sammelkategorien bilden damit also sozusagen die also gleiche vorschläge dann auch den gleichen namen bekommen ja ja damit hätten wir auch das schon erwähnt ich mache nur mal zwischendurch noch eine kurze nachricht wir sollten Journalismus und Wissenschaft eigentlich als eine Einheit verstehen man kennt ja auch den Wissenschaftsjournalisten brauchen wir eigentlich zwei Systeme Wissenschaft und Journalismus Schluckwasser sollte nicht die Reform der Medien eine Fusion mit der Wissenschaft auch sein denn worum geht es bei Journalismus in Zukunft wann kann in Zukunft ein Journalist überleben bei den neuen Anreizen der Next Scientists for Future wenn er wahrheitsgemäßes aus aller Welt berichtet diese Wahrheiten dazu führen dass es den Kunden dass die dann gesünder leben können glücklicher und länger und reicher leben können weil diese wahrheitsmäßigen Informationen die Menschen die Kunden in den Stand versetzen glücklicher gesünder länger reicher zu leben aber genau das gleiche erfassen wir doch auch bei der Wissenschaft wir sollten also darüber nachdenken Wissenschaft und Journalismus Stichwort Wissenschaftsjournalisten zu fusionieren und daraus ein System zu machen nämlich das System der Berichterstatter aus aller Welt denn was macht der berühmte Paläoanthropologe Professor Friedemann Schrenk der guckt in der Welt was er für Knochen findet und interpretiert diese Knochen und sagt uns was uns das über unsere eigene Genetik sagen könnte und wie wir deswegen dann leben sollten damit wir glücklicher und gesünder und länger leben könnten zumindest würde das wenn er richtig gut wäre würde er das tun macht er nicht weil er dazu zu vorsichtig ist aber die Next Scientists for Future machen das ja wir interpretieren die Knochenpunde so dass unser Glück in der urmatriarchalen Lebensweise liegt weil wir genetisch immer noch so beschaffen sind dass wir großes Glück daraus ziehen können also insofern bilden wir doch eine Einheit stellen wir doch Wissenschaftler also die Medien der Zukunft werden Wissenschaftsmedien sein also es wird keine Nature und Science mehr geben sondern es wird die Sendungen Nature und Science im Fernsehen geben und dort wird in verständlicher Weise Wissenschaft ganz einfach verständlich und nützlich für Bürger gemacht machen wir also eine Einheit Wissenschaftsjournalismus also die Einheit lautet Wissenschaftsjournalismus ja das ist der richtige Weg ja also Medien also Wissenschaftsmedien also unterscheiden wir nichts mehr zwischen der Welt der Wissenschaft und der Welt der des Journalismus sondern machen wir eine Welt daraus die Welt der des Wissenschaftsjournalismus die Welt des der Wissenschaftsmedien ja und dann haben wir ein System sparen viele Gelder ein und kriegen über die Medien ideal aufbereitet die neuesten Wahrheiten aus aller Welt aus der Welt aus der Welt der Wissenschaft also Journalisten und Wissenschaftler werden quasi gleichrangig und beliefern uns dann mit Wahrheiten über die Welt weil sie an anderem nichts mehr verdienen weil jeder Journalist und jeder Wissenschaftler ja nur noch dann Karriere macht ausschließlich dann Karriere macht wenn er mir hilft meine Wohlfühlstimme zu verbessern meine Gesundheitsdaten meine Langlebigkeitsdaten und meine Reichtum Wohlstandsdaten zu verbessern wenn er mir hilft dass ich also mein Leben dass mein Leben also gesünder länger reicher glücklicher wird damit haben wir doch sozusagen wieder Systeme vereinfacht und wir können wieder mehr Geld an unsere arbeitenden Menschen ausschütten sie kriegen also dann wieder noch mehr Geld in dem Geldbeutel liebe Wählerinnen Ja Ja und ich lese mal weiter vor Auf nationaler Ebene wird die Selbstbestimmung des deutschen Volkes durch Volksabstimmungen garantiert 250.000 Wahlberechtigte oder 0,4% aller Wahlberechtigten können innerhalb von 18 Monaten eine Volksabstimmung beantragen zum Grundgesetz zu allen Gesetzen und Verordnungen des Bundes sowie zu eigenen Gesetzesvorschlägen Nach Erreichen der notwendigen Mindestzahl von Unterschriften hat eine Volksabstimmung des deutschen Volkes binnen sechs Monaten statt zu finden Das Ergebnis der Volksabstimmung ist für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung verpflichtend und innerhalb von sechs Monaten ohne Änderungen umzusetzen Unabänderlich sind dabei die Grundgesetz Artikel 1 bis 20 Es sei denn Änderungen sorgen für mehr Schutz individueller Freiheitsrechte Sollte das nationale Recht dabei in Konflikt mit europäischem Recht geraten ist das nationale Recht maßgebend Also das kann man mal drin lassen weil es sich in manchen Punkten ja unterscheidet von den Next Scientist for Future alles was daran gut ist wie das das nationale Recht das intereuropäische Recht schlägt das ist auch wäre auch der Vorschlag der Next Scientist for Future und so weiter aber das kann man teilweise drin lassen weil es ja eben anders ist als der Vorschlag der Next Scientist for Future und sich genügend unterscheidet und ich halte es also für einen großen Fehler ich finde dieses mit den hunderten Unterschriften das ist alles Schikane also der Vorschlag mit den Vorwahlen Mini Volksentscheiden also mit den Demokratie pur freie Argumente Plattform Talkshows und dem Üben was werden die nächsten Volksabstimmungsthemen Volksentscheidsthemen und dann in den Vorwahlen Mini Volksentscheiden definitive Entscheidungen der repräsentativen Wähler Stichproben was wollen sie als nächste Volksentscheide das ist ein besseres einfacheres unkomplizierteres System und dann halte ich es falsch mit dieser Umsetzung sechs Monate zu warten wir haben doch gesehen dass Politik innerhalb eines Tages etwas umsetzen kann wenn sie es möchte also sagen wir lieber mal ein Monat innerhalb von vier Wochen muss es umgesetzt werden fertig aus oder sechs Wochen aber nicht sechs Monate also wenn die Bevölkerung etwas entschieden wird wird das sofort umgesetzt fertig aus das wäre der Vorschlag der Next Scientists for Future so jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns das nochmal an also hier immerhin das ist ein das ist das Muster für die Partei alle Parteien der Zukunft also was hier dieses Mitglied von wir 2020 EU geleistet hat ist quasi genau richtig nämlich ein Muster das ist ein Muster für für das wie in Zukunft jedes Wahlprogramm jeder Partei aussehen sollte eigentlich jede Partei die noch überleben will wenn die Reformen von den Next Scientists for Future umgesetzt würden und zwar die Demokratisierungskette der Next Scientists for Future umgesetzt würde dann würde es so laufen dass nur noch Parteien mit der Zeit überleben können die ihre Wahlprogramme genau so aufbauen nämlich als zukünftige Volksentscheidung mit neuen Expertenideen und so weiter also das ist ein Muster und deswegen nochmal der Hinweis an die Basis und wir 2020 in allen Varianten und an die Fraktpartei das ist quasi das kommt raus wenn man der Fraktpartei folgt ja das ist eigentlich was hier steht ist die Umsetzung der freie Argumente Kulturpartei hier werden ist Offenheit für alle Expertenvorschläge unabhängig davon ob die Quelle verleumdet wird oder nicht wir müssen also das hier rausstreichen im Geiste also hier Weltrat wir 2020 also die Quelle muss gestrichen werden nur das Argument nur das Reformkonzept das argumentative Reformkonzept muss genannt werden ohne Quelle damit nicht wegen dem Hinweis ja das stammt ja aus einer Quelle die linksradikal ist oder die rechtslastig ist oder so damit nicht nach nicht argumentativen Gründen Reformkonzepte unterdrückt werden sondern damit es am Ende nur und ausschließlich nach Argumentequalität geht ja also argumentative Reformkonzepte werden alle aufgelistet und im Zweifelsfall befragen die Parteien in Zukunft Experten anonym oder oder geheim in geheimen Sitzungen in nicht öffentlichen Sitzungen destillieren daraus deren Expertenvorschläge und setzen sie dann anonym in einen Volksentscheid mit ein ja und dann wird man sehen dass manche Parteien in dieser Arbeit besser machen als andere und manche schlechter und dann werden die Wähler eigentlich nur noch die Parteien wählen die die besseren Experten mit einbeziehen und die besseren Vorschläge in solchen sozusagen Volksentscheiden drin haben also ja deswegen liebe Basismitglieder informieren Sie Herrn Sieber und wir 2020 Mitglieder informieren Sie Herrn Romberg darüber das ist das Muster diese heutige Sendung zeigt noch einmal das Muster einer guten echt demokratischen neuen großen Volkspartei wenn Sie diesem Muster nicht folgen werden werden Sie als Parteien scheitern es sei denn wir liegen ausnahmsweise mit unseren Einschätzungen völlig daneben wir haben ganz viel Erfahrung im Bereich der Politikwelten und müssen sagen aus unserer Sicht wird keine der Parteien jemals über 4,9% kommen wenn Sie nicht diese Grundsätze berücksichtigt die heute in dieser heutigen Sendung formuliert wurden also deswegen also noch einmal Volksentscheid Wahlprogramm ist der entscheidende Schlüssel und wir haben heute die externen Experten Professor Hans-Werner Sinn und die Matriarchatsforschung reingebracht und es wurden Vorschläge einer Demokratisierungsvorschläge mit reingebracht in das Volksentscheid Wahlprogramm ja tschüssi das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute jetzt zeige ich Ihnen noch den Ausstieg aus der Talkshow so jetzt die Präsentation beenden hier würden Sie jetzt die ganzen Teilnehmer der Talkshow wieder sehen und dann kann man sich da wieder ausklinken die Besprechung verlassen raus aus Google Meet tschüssi das war's mit dieser Präsentationssendung heute tschüssi bis bald tschüssi 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 tschüssi